Dieser beschissene Krieg wird immer beschissener. Nach dem Krieg wird alles wieder besser. Wenn ich das nur glauben könnte. Wenn ihr mich noch einmal in Verlegenheit bringt, dann mach ich euch fertig. Ich hab die Schnauze voll. Wir müssen den Verräter finden. Wir sind getäuscht worden. Die Drehs sind vorbei. Jetzt geht's ans Eingemachte. Feuer! Das Boot, die neue Staffel, ab 14. Mai auf Sky One.